Guten Tag, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Kurz vor dem nächsten TV-Duell der US-Präsidentschaftskandidaten hat ein Video des Republikaners Trump für Empörung gesorgt. In der Aufnahme aus dem Jahr 2005 spricht der Immobilienmilliardär mit bulgären sexistischen Worten über Frauen. Politiker beider Lager kritisierten ihn dafür scharf. Trump selbst entschuldigte sich inzwischen per Internetvideo für die Äußerungen. Er verspreche, in Zukunft ein besserer Mensch zu sein. Die USA werfen Russland vor, mit Hackerangriffen Einfluss auf die Präsidentenwahl nehmen zu wollen. US-Behörden erklärten, aufgrund des Ausmaßes sei davon auszugehen, dass nur höchstrangige Beamte die Aktivitäten genehmigt haben könnten. Die Behörden ermitteln zu Cyberattacken auf die Führung der US-Demokraten und Wahldatensysteme in zwei Bundesstaaten. Moskau wies die Anschuldigungen als Unsinn zurück. Nachdem Hurricane Matthew den US-Bundesstaat Florida weitestgehend verschont hat, erreicht er nun Georgia und South Carolina. Etwa zwei Millionen Menschen verließen ihre Häuser und brachten sich in Sicherheit. Gestern war Matthew zu einem Hurricane der Kategorie 2 herabgestuft worden. Die Zahl der Todesopfer in den USA stieg auf vier. In Haiti waren zu Beginn der Woche mehr als 870 Menschen ums Leben gekommen. Beim Ferienflieger TUI Fly fallen auch heute noch viele Flüge aus. Erst für morgen erwartet die Airline wieder einen weitgehend normalen Betrieb. Gestern Abend war der Konzernvorstand den Arbeitnehmern entgegengekommen. TUI Fly Mitarbeiter erhalten unter anderem eine dreijährige Tarif- und Standortgarantie. Wegen massiver Krankmeldungen von Crewmitgliedern mussten bei der Airline allein gestern rund 100 Flüge gestrichen werden. Bei einem Polizeieinsatz in der türkischen Hauptstadt Ankara haben sich zwei mutmaßliche Attentäter selbst getötet. Die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu berichtet, die Verdächtigen hätten einen Anschlag mit einer Autobombe vorbereitet. Als die Polizei sie aufforderte, sich zu ergeben, hätten sie einen Sprengsatz gezündet. Der Gouverneur von Ankara sprach von einer mutmaßlichen Verbindung zur verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK. Und hier noch die Wetteraussichten. Heute meist viele Wolken, nur zwischendurch mal Sonne und gelegentlich Schauer. Im Westen und Nordwesten etwas häufiger Sonne. 7 bis 15 Grad. Die Tagesschau meldet sich wieder um 12 Uhr. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Untertitelung des ZDF für funk, 2017